Ich bin so aufhörig, mich mit ihren Einheiten zu belästigen. Also, geh doch. Läuft doch, läuft doch. Okay, wir ziehen uns jetzt erst nochmal zurück. Das war ganz fix hier. Äh, der eine ist doch umgestellt. Ach nee, den hatte ich schon umgestellt, gut. Hopp, ihr solltet zurückziehen. Das habe ich noch in meiner Basis. Schickt's mir. Schnell. So. Vergrößern wir 3 erstmal ein bisschen. Und dann weiß man euch einfach irgendeinem Commander zu, weil, pff, der Verluste, die ich da gerade ein wenig gelebt habe. Aber, pff, Wayne, das ist die letzte Mission, danach kommt nix mehr, also. Ich hoffe zumindest, dass es die letzte ist. Ja gut, was soll da sonst doch nachkommen? Warum mache ich nicht einfach so, hm? Warum nicht? Apropos so. Ich habe doch da noch so eine Kanone bekommen, ne? Taugt die was? Äh, was war das? Gauss-Kanone, ne? Boah, ich habe so viele Waffen. Nadelgeschütz. Gauss-Kanone. Fünfhunderts-Siebzig. Fünfhunderts-Siebzig. Ich würde fast sagen, hier setzt die da durch, ne? Das macht noch mehr Schaden, ne? Ja, macht 700. Wohl andererseits wieder durch meine, die höhere Feuergeschwindigkeit ziemlich ad absurd geführt. Na, ich bleib' da rein. So, jetzt muss ich sie neu bauen, ne? Jawoll. Hatte ich da nicht auch schon was in Auftrag gegeben? Egal, dann mache ich es jetzt. Aber wir haben neue Videos. Yeah. Machen Forschung abgeschlossen. Magnetgeschütze. Schweres Magnetgeschütze. Ja. Schießt das viel zu langsam und irgendwie finde ich das nicht wirklich besser als Lancer. Verstärkungen sind eingetroffen. Noch mehr Reparaturplattformen. Oh Mann. Noch mehr. Da auch noch eine. Da noch eine. Gut, ist. So, wir haben Verstärkungen bekommen. Einwandfrei. Ich hätte jetzt wissen müssen, dass der da schon der Volle ist, ne? Ich sehe es daran, dass er nicht voll befördert ist. Ach, ich bin so toll. Wo sind denn die anderen? Da. So. Einer fährt los. Wie geil. Da haben wir ja richtig den richtigen... Pfff. Ich nehme nochmal den Falschen. Wo ist denn jetzt der Richtige? Du. Du, ja. Gut. Gut, gut, gut. Ich bin jetzt fleißig gebaut, aber ihr kommt nicht vorwärts. Sollen wir. Konstruktion abgeschlossen. So, da haben wir ja schon mal gut auf. Pff. Ich glaube, die ist ziemlich groß, die verkackte Basis. Dann lassen wir die erst mal links liegen und fahren rechts vorbei. Ha, ha, ha. Im wahrsten Sinne des Wortes ist, wir fahren da einfach nach runter und schauen, dass wir da hinten, was da noch so ist. Oh Gott, mit was schießt denn der auf mich? Oh, scheiße. Gleich wieder zurück. Retour. Konstruktion abgeschlossen. Retour, habe ich gesagt. Ne, 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 ne. Da bauen wir dann einen, äh, Sensor-Turm. Grundlagenforschung abgeschlossen. Und einen Sevitum. Noch. Gruppe 1, meldet. Oh Gott. Und sie pressen sich schon wieder. Hopf, fahrt man dann auf. Äh, kann man mehr Forschung? Nein, Schare. Gut, okay, das ist eine Aufhängung. Mit Gauss-Kanone. Ja, was ist eine Aufhängung mit Gauss-Kanone? Das ist eine Aufhängung, wo eine Gauss-Kanone drauf ist. Ha, ha. Ah. Das habe ich euch jetzt erklärt, weil ihr alle blöd seid. Ihr habt es noch nicht gemerkt, ja, ja, ja. Ich erleuchte euch mit meiner Weisheit. Meinen phänomenalen, astronomischen Gehirn. Wellen, Strömungsmasten. Oh, was? Damte Scheiße, die sind doch überall. Fahr da mal weg. Oh. Okay. Ihr baut jetzt mal hier einen... ...Sensor-Turm. ...Daneben ein CB-Turm. Und dann wird einfach nur noch... ...Groundshaker-Hauptpizze gebaut. Konstruktion abgeschlossen. So, ganz viel davon. Und... ...wer kann nicht... ...sag mal, ihr steht ja immer noch in Feuerreichweite. Ihr solltet doch schon längst wieder woanders sein. Pff. Pff. Ey, die können mit einem Turm meine ganzen Einheiten zerplätten. Zerplätten, ja. Hopp, mach mal da Wald weg. Komm. Und jetzt fahrt endlich da oben weg. Und was macht 3 da? Oh, ihr seid doch selten dämlich. Echt? Nee. Ihr solltet da schon längst den CB-Turm hingebaut haben. Unfähigen Spasten, Kinder. Konstruktion abgeschlossen. So. Da kann ich gerade überhaupt nichts hinsetzen. Ihr hängt ja schon... Ach, das ist doch einfach nicht wahr. Nicht bei den Baufahrzeugen. LKWs. Sind halbwegs intelligent. Konstruktion abgeschlossen. So. Seid ihr bald mal repariert oder so? Stärkung. Schick los den Scheißdreck. Konstruktion abgeschlossen. Eine Mauer beschießen. So, die Mauer verwegt. Warum beschießt ihr nicht mal was Praktisches wie die feindliche Artillerie zum Beispiel? So, jetzt hört auf die scheißen Mauer zu beschießen. Konstruktion abgeschlossen. Puh, ey, nee. Oben ist jetzt ein Forschungslabor. Da ist bestimmt was Gutes drin. Gebäude wird angegriffen. Gruppe 3, meldet. Mach was Sinnvolles, reparier das Ding. Gruppe 1, meldet. Apropos, kam nicht irgendwo ein Versteigungsnummer wegs. Konstruktion abgeschlossen. Oh, herrlich. Endlich wäre diese scheiß Artillerie los. Herrlich. Konstruktion abgeschlossen. Oh, sie ist weg. Sie ist weg. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, das höre ich gern. Das höre ich gerne. Okay, ich brauche, ich brauche hier so. Konstruktion abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Und zwar muss ich euch, euch irgendeinen Kommando dazuweisen. Konstruktion abgeschlossen. Das ist jedes Mal wieder dasselbe. Unglaublich. Ich, da tut dir. Ja, naja. Okay. Jetzt muss ich nur noch den zweiten finden. Wenn ich so wenigstens mal erkennen würde, den ganzen Mischmasch. Ich nehme lieber nochmal den falschen. Warum nicht? Warum nicht? Wir haben ja so viel Zeit. Oh Gott, bist du jetzt der Richtige? Ja, er ist der Richtige. Konstruktion abgeschlossen. So. Feierabend hier jetzt. Noch mehr Artillerie. Komm. Feierabend jetzt hier. Schluss mit lustig. Genug gelacht. Konstruktion abgeschlossen. Nein, wir greifen unten lang an. Da oben lang geht's glaube ich gar nicht. Gruppe 3, meldet. Ihr presst euch da wieder rein, wie nichts Gutes. Ich glaube, ihr macht das mit Absicht, dass ihr nichts mehr bauen müsst. Kann das sein? Oder bitte ich mir das nur ein, da wegen. Was ist überhaupt mal genau das mit soem Ziel? Oh. Aufhängung mit Klauskanonen. Okay. Hm. Sein Systemkern. Ja, dann greife ich da mal noch nicht an. Vielleicht kriege ich noch was zum erforschen. Nee, ich forsche so gerne. Gibt's da nicht noch irgendwie einen Rumpf oder so? Keine Ahnung. Einen Rumpf, genau. Ich habe ja noch nicht einen schweren Nexus Rumpf. Neun. Ah, eine Fabrik. Ob, jetzt fahren wir da weg hier. Lass doch die Artillerie wegen Arbeiten. Wenn mir die Artillerie halt nochmal da runterschießen würde. Was er natürlich wieder nicht macht. Tolle Artillerie. So, der Rest fährt einfach weiter. Schießt mal da rauf, bitte. Wenn er mal Lust hat, so. Ein, zwei Jahren. Gott. So. Jetzt wird er unten gesammelt. Hä? Produktionsgrenze erreicht. Nullisch. Wow. Schickt mir Verstärkung. Jetzt ist alles unter Kontrolle. Wir können Arnerie bauen. Wir können den Feind von der Ferne zermatschen. Er hat keine Chance. Wir sind die unangefochtenen Herrscher der Welt. Ich meine die Retter der Zivilisation. Egal, fahrt weiter daher. Konstruktion abgeschlossen. So, daher, komm. Nummer drei, meldet. Dann bauen wir hier noch irgendwie einen Sensor-Turm. Sensor-Turm. Bauen wir direkt hier in ihre... Hoffentlich können die nicht so weit schießen. Hoffentlich kommen meine Einheiten überhaupt da rauf. Das wird schon mal schwierig werden, du. Doch, sie können so weit schießen. Wir drehen wieder um. Verstärkungen sind eingetroffen. Und tschüss. War nett, dich gekannt zu haben. Ich werde dich vermissen und so, ja. Ich tröste nachher deine Frau ein bisschen. Äh. Ähm. Ja. Bin ich nicht nett. Ich tröste seine Frau. So. Wir bauen einfach noch mehr von den Scheiß-Reparatur-Dingern. Denn, wie man sieht, ich brauch sie. So. Holla, was haben die denn noch alles drin, du? Die darf man echt nicht unbewacht bauen lassen. Ach komm, scheiß drauf. Wir greifen an. Komm. Angriff. Wir könnten nicht fliehen. Ha. Natürlich können sie nicht fliehen. Das sind ja aber... Befestigungen. Keine Fahrzeuge. Meine Einheiten können auch nicht fliehen. Exzellent. Ja. Da greifen sie wenigstens an. Und verpissen sich nicht gleich bei ihnen. Oder sterben auch nicht so schnell. Hallo. Okay. Konstruktion abgeschlossen. Schub, komm, mach's doch kaputt. Ach, daneben nicht. Äh. Hab ich eine Einheiten verloren? Sicherlich, ne? Nein. Konstruktion abgeschlossen. Ist jetzt kaputt. Jetzt krieg ich sie dann nicht mehr raus. Werde immer so freundlich. Na, also. Oh, da ist auch gleich Hackfleisch. Egal. Wir haben noch Nachschub. Haben wir noch mehr Nachschub? Ja, noch mehr, oder? Och. Komm her. Schick los. Wir haben noch nicht genug da oben stehen. Kumpel 1, meldet. Kumpel 3, meldet. Kumpel 1, meldet. Kumpel 3, meldet. Ja. 3 kommt da jetzt eh nicht mehr durch. Also von daher. Wo fahrt ihr denn jetzt hin? Hallo? Was soll der Scheiß? Sonst fahrt er doch nie hinauf. Jetzt. Machen wir alles platt allein im Alleingang. Ich bin Rambo, ey. Was hat euch denn so kaputt geschossen? Egal, es ist totbestimmt. Oh, ich hab ein Artefakt. Was macht ihr da? Was? Was ist jetzt kaputt? Okay, irgendwas passt hier jetzt mal wieder gar nicht. Oh mein Gott. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir haben doch die ganze Zeit nichts gemacht. Und jetzt fahren sie einfach neu. Okay. Was ist das? Archangel. 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 Oder so. Voll die Armee. Können wir eigentlich noch mehr bauen? Oh, es wird noch mehr gebaut. Sehr schön. Kumpel 1, meldet. Kumpel 3, meldet. Kumpel 1, meldet. Ich verstehe immer noch, warum sie jetzt plötzlich angefangen haben zu feuern wie die Irren.